Weltweit sind über 550 Millionen Schusswaffen im Umlauf. Das heißt, auf diesem Planeten hat jeder zwölfte Mensch eine Waffe. Damit stellt sich nur eine Frage. Wie bewaffnet man die anderen elf? Die neue Uzi-Maschinenpistole. Gewaltige Feuerkraft in kleinem Gehäuse. Was weißt du über Waffen? Ich weiß, auf welcher Seite ich stehen will. Kannst du mir die Kanone von Rambo beschaffen? Teil 1, 2 oder 3. Nur mit Krieg kann man richtig Kohle machen. Wie viele Autohändler reden denn über ihre Arbeit? Ihre Produkte töten mehr Menschen im Jahr als meine. Und meine haben wenigstens eine Sicherung. Verdammt bist du gut. Wir sind hier, um dich glücklich zu machen. Sie sind also Waffenschieber? Nein, Händler. Immer zur richtigen Zeit am falschen Ort. Niemand kann dieses Blutbad stoppen. Ich tue nichts Illegales. Das ist ein normales Geschäft. Das ist mir vollkommen egal. Absolut. Nein, das ist falsch. Man sagt, das Böse siegt, wenn die guten Taten los zusehen. Vielleicht sollte man besser sagen... Das Böse siegt immer. Lord of War. Händler des Todes. I have to do this! Listen to me! Das Böse siegt, wenn die guten Taten los zusehen. Das Böse siegt, wenn die guten Taten los zusehen. Das Böse siegt, wenn die guten Taten los zusehen. Das Böse siegt, wenn die guten Taten los zusehen. Das Böse siegt, wenn die guten Taten los zusehen. Das Böse siegt, wenn die guten Taten los zusehen. Das Böse siegt, wenn die guten Taten los zusehen. Das Böse siegt, wenn die guten Taten los zusehen. Das Böse siegt, wenn die guten Taten los zusehen. Das Böse siegt, wenn die guten Taten los zusehen. Das Böse siegt, wenn die guten Taten los zusehen. Vielen Dank.